Ich kehre jetzt meine eigene Brezelpizza, aber lasse die anderen entscheiden, aus was? Angst davor. David, David. Zieh eins. Brezelrand. Geil. Es fängt gut an. Welche Soße? Die Rote Soße. Okay, geil. Und auch das war noch gut, doch. Welches Fleisch? Jumma, ja, Weißwurst. Seien Ernst. Ich glaube, ich bin die erste Person, die jetzt Weißwurst auf Pizza macht. Zieh zwei. Habe ich die Chance, deine Pizza zu ruinieren? Ja, leider. Walzbrezel. Nice. Nee, oder? Wer macht Pizzesal? Egal. Viel Spaß. Ich meine, hey, Brezelbären klingt gar nicht mal so schlecht. Wo willst du den Käse aus? Nimm den. Pizzarella. Yes, das ist auch mein Lieblingskäse. Und nachdem ich dem Bäcker meine Pizza zum Aufbacken gegeben habe, sah sie irgendwie so gut aus, dass ich es direkt probieren musste. Geschmacksexplosion.